tag zusammen hier ist wolf fuß und gemeinsam mit frank buschmann darf ich die heutige partie kommentieren buschi und wir haben schon viele tolle spiele in der liga gesehen wolf hoffentlich geben auch heute beide teams in die gase borussia mönchengladbach könnte heute direkt an den kürzlichen heimsieg anknüpfen als man auf den ersten fc köln traf das 2 zu 1 war knapp aber überhaupt nicht unverdient ich traue ich noch heute wieder ein zieg zu und da ist sie die startaufstellung des fc augsburg sie spielens offensiver heute im 451 das ist die startaufstellung der grad fahrer heute sie wollen in dieser partie mit einem klassischen 442 zum erfolg kommen wie würdest du die gäste einschätzen zuletzt waren sie wirklich in bestechender form ich bin mal gespannt wohin die reise geht wenn sie weiter so souverän auftreten die war schön lebe ist der unparteiische heute der ball ist freigegeben und das spiel beginnt das ist ihr erster torschuss und direkt erste treffer das nenne ich effizient hagenau unter die latte ich fasse okay dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive an ganze drei minuten mussten wir warten da fällt hier der erste treffer wobei die nordfeind stindl sehr gut reingespielt da kommt er hin und er faustet den ball weg sauber gelöst er holt sich den ball ganz klar das war handspiel gut gesehen vom schiedsrichter so bobadia klasse aufgepasst vom torwart und jetzt haben sie den ball jetzt ist es war noch weit von a Finde den Mitspieler, macht er ihn. Werner, da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Den Treffer haben sie sich schön rausgespielt. Und der Gegner hat in der Szene nie richtig den Zugliff bekommen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und jetzt ein Schuss. Und Nordfeil, da ist der Torwart da, gut gemacht. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Klasse, Seitenwechsel. Schöne Aktion. S-Wein. Ein guter Doppelpass. Voll nah. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Da passt der Klazer auf. Der Ball geht an die Hand abgefifft. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Und da tut sich die Lücke auf. Das hat er sofort erkannt und trifft. Wobeleow. Werner. Eswein. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Schuss. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da kommt der Torwart. Schießt der ihn rein. An die Latte. Schöner Volli-Schuss. Der Ball wurde weggefaustet. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Schöner Volli-Schuss. Und damit ist der Ball weg. Wobeleow. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Wend. Er schießt. Da passt der Torhüter auf. Verstand er gut. Und gibt Freistoß. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an. Für den FC Augsburg. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Auf diese Partie freue ich mich ganz besonders. Nachspielzeit sind drei Minuten. Werner. Das könnte die Chance werden. Starke Flanke. Der Ball ist drin. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Ein sehr gut herausgespielter Angriff. Und dann ist da Platz für die Flanke. Und so entsteht das Tor. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Nach Durchgang 1 steht es hier 2 zu 1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Macht er ihn. Da rettet die Latte. Glück in dieser Szene. Beier. Vollner. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. André Hahn. Das macht er gut. Und nun ein Schuss. Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Und jetzt haben sie den Ball. Er zieht ab. Gute Schusstechnik. Aber der Ball geht knapp übers Tor. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Ja, es geht gegen den VfB Stuttgart im nächsten Bundesligaspiel. Wer da Favorit ist, dürfte klar sein. Der Ball holt er gut verteidigt. Bobadier. Vollner. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Super durchgesetzt. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Er findet den Mitspieler. Bobadier. Da hat er den Ausgleich auf dem Fuß. Aber nein. Magdeen. Magdeen. Da war er schon wieder mittendrin. Ja, hier trifft er zwar nicht, aber zwei Treffer hat er schon. Das ist eine gute Leistung. Stindel. Stindel. Flacke kommt. Wird das eine Chance? gut geklärt das war wichtig ich sehe bewegung auf der bank es gibt gleich den wechsel klasse leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten applaus abholen sehe ich ähnlich er hat sich richtig in die partie reingehauen und war für mich heute einer der besten ibrahima trauré sie rücken schön nach bieten sie an die kugel ist weg er kommt nicht vorbei er überzeugt heute als passgeber halt die top jetzt ganz gefährlich werden noch frei hatte muss mehr kommen vom verteidiger den ball kann er abfangen werner sie wollen den gegner laufen lassen guter seitenwechsel werner das könnt gefährlich werden und er schießt das war die möglichkeit zum ausgleich aber er macht ihn nicht er passt auf und holt sich im mittelfeld den ball schuss klasse aufgepasst vom torwart 2 zu 1 steht es hier momentan und wir schauen schon mal auf die folgende partie erschießt super tor geht in den winkel wir hatten uns doch ein engeres mensch erwartet aber mittlerweile haben sie sich doch einige chancen rausgespielt ja wolf dann fällt eben auch mal das tor ich bin jetzt auf die reaktion gespannt das tor hat jetzt noch mal auf die reaktion noch mal eine andere kamera eingefangen danke an die regie dafür 3 1 heißt es also jetzt es war richtig dass er hier pfeift das waren frau rafael branimir gotha spiegelt weiter und jetzt kann die flanke kommen die flanke kommt gut rein jetzt gibt es einen einwurf so und jetzt reicht der unpartei schild im spieler noch die gelbe karte hinterher er wollte einfach den vorteil abwarten macht das genau richtig er trifft hier eindeutig den gegenspieler das war ein klares foul korrekt gesehen vom schiri die wiederholung beweist das zieht er ab macht er ihn ja er macht ihn er macht sein zweites tor heute ganz starke leistung und jetzt setzen sie noch einen drauf die einzig gute nachricht für den gegner gleich dürfte schluss hier nochmal der treffer aus einer anderen perspektive eindeutiger spielstand hier und viel zeit bleibt nicht mehr auch nicht für kosmetik übrigens verhaken aus vorbei das spiel ist zu ende so die spannung hat ein bisschen gefehlt dafür war es einfach zu einseitig die haben wir dominiert nie nachgelassen und deshalb geht der sieg in ordnung so 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 so